Motorsägen von Husqvarna und ihre Schneidsysteme werden parallel entwickelt, um die Schneidleistung zu optimieren. Die Schneidleistung beschreibt, wie gut eine Motorsäge ihre Hauptaufgabe erfüllt, schnelles Schneiden. Je höher die Schneidleistung, desto höher die Effizienz. Für eine konstant hohe Schneidleistung verfügen X-Cut-Ketten über eine gleichmäßige, dünne Beschichtung der gesamten aktiven Schneidfläche des Schneidglieds. Die X-Cut Schneidelemente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl sind besonders robust und dank der einzigartigen Beschichtung aus gehärtetem Stahl und Chrom von Anfang lang anhaltend scharf. Das Ergebnis. Eine Sägekette, die ihre Anforderungen erfüllt, damit sie produktiver arbeiten, mehr in kürzerer Zeit erledigen und die Rentabilität maximieren.